Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Monaco. Zu dritt, ohne Maxime und Marcel. Der eine denkt, der hat ein Real Life, der andere meckert irgendwie rum. Nein. Aber dafür ist Jan dabei. Wir haben das Ganze gerade schon mal erzählt, bloß da ist mir das Spiel abgeschmiert. Wir haben sowieso die Mission verkackt, der von vorne an. Naja, eigentlich nicht. Wir waren schon auf der nächsten Etage. Die Story habe ich gerade vorgelesen. Ehrlich gesagt werde ich das nicht nochmal machen. Es geht im Grunde darum, dass der Gentleman, der seine E8 in die Luft gesprengt hat, dem gehört diese Sicherheitsfirma da, in die wird einbrechen, da Security Tech Corp. Und die haben Aufzeichnungen von uns und die müssen wir löschen. Ja, gut erklärt. So nett. Ich spiele Cleaner. Ich bin der Ups. Und wir versuchen das jetzt ganz professionell. Okay. Irgendwer hat noch keine Dingsie. Bin ich das so? Ich bin doch gerade dabei. Okay. Ich will erst mal was auszuschalten, damit wir hier durchkommen. Raik benutzt mir eine Steckdose. Warum die? Ich habe doch schon gerade eine andere benutzt. Mach mal bitte. Warum? Mach mal bitte. Die führen alle aufs selbe hinaus. Sicher? Ja. War gut, es macht die Lampen aus. Mach das hier. Genau dasselbe. Ja, aber ich... Siehst du jetzt, ist das da nämlich aus? Die Kamera? Die habe ich hiermit ausgemacht vorhin. Äh, ich bin ja... Siehst du jetzt, ist das Licht nämlich auch aus? Wow, hier kann man einfach durchschleichen. Jede Steckdose hat ihren eigenen Sinn. Mhm. Wenn du einfach durchschleichst, schaffst du es auch so. Aber wir wollen das jetzt professionell machen. Und wir wollen nicht, dass du wieder entdeckt wirst. Alter. Lass mich die erst mal ausschalten, bevor ihr noch irgendwas macht. Du wirst gerade entdeckt. Ich hab's gemerkt. Hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank. Gern geschehen. Gebt mir die verkleiden. Laufst du nicht bei mir lang. Excuse me. Hat Verkleidung irgendwie eine Dauer? Ja, wenn du zu lange gesehen wirst. Achso. Das hättest du dir schon mal bemerken sollen, wie die letzte Runde du schon gesagt hast. Fock mir den D. Ach ja, mit dem Item, was wir dabei haben, kannst du einfach was ausschalten, den Strom. Aha. So ein MP-Teil halt. Guck mal, er sieht mich nicht. Oh doch, er hat mich bemerkt. Das war ganz schön lange dauert, der Typ. Oh, fuck, ich bin vorhin in den Rängen gelutscht. Einfach zunächst in die Etage laufen. Ja, ja. Okay. Warte, noch nicht. Da kommt, glaube ich, gleich einer. Okay. Das ist ja keiner. Komisch. Da ist ein Laser. Ey, hack mal die Steckdose hier. Kannst du auch machen. Nein, kann ich nicht machen. Das ist komisch. Der Hacker ist ein Hacker. Warte, da sind keine. Kannst du das Licht erhacken? Ah, nee, das... Okay. Kommst du an die Steckdose da ran? Komm ich nicht, hab ich grad probiert. Äh, vor sich Laser. Ah, nee, der ist jetzt auch ausgeschüttet. Nein, ist er nicht. Ja, aber du, ich steigst auch direkt gerade drinnen, dass er wieder anging. Da, Steckdose. Ja. Da kommt einer von oben. Warte, den krieg ich. Da fällt ganz jetzt schleichen. Hoch, ich pisste gerade. Ja, hau da ab. Ach, verdammt. Jan. Super. Oh, da hat er noch richtige Waffe. Ja, ich seh. Komm nicht zu mir. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er drin. Ja, ich komme nicht weg. Warte. Ich steu gerade immer beim Pissen. Das ist nicht so, mir. Jan wird. Ja, von so einem. Ja, jetzt sagt der Typischheit. Ja, ja, sehr clever. Das ist das Problem bei den Leuten. Ich weiß aber. Irgendwer hat er gerade gepisst. Lol. So. Okay, ich hab mich entlastet. Hat er den krieg ich? Rollstrahl ist in der Sertrein. Der ist jetzt auch aus. Ah, der ist ein, ähm, verrückter. Scheiß. What? Schleiche. Bei den hat man aber voll gesehen. st auch zu stellen er mit könnte der freilzeit meint es ist der gesamte strom kurzer schaust ja also wenn du da reingestiert magst du sie ja klar ist das sind wir momentan nicht zu viele in ein ganz mit schleichen der zweiten wenn er nicht hinguckt aber dann ist immer der lese es ist das problem und dritter sich nämlich ob es sich auch nicht rum ausmachen und er interessiert ich bin der kinder verfolgen dass ich konnte langsam durch Prozent ja wir könnten hier professionelle Hilfe gebrauchen ich bin jetzt endlich durchgekommen probiere erstmal ich habe sich dafür abgelenkt und jetzt ich probiere irgendwo steckt uns finden auch hier ist ein mann bräuchten juli gerade mal kurz warten dass die von max weglaufen ich bin ich hier um die weitere steckdose das ist die zweite also die taktik ist wir haben keine taktik genau reich kann kurzzeitig den laser ausschalten in der zeit kann mich irgendwer wieder geblieben ich log ihn weg die typen wo ich es leckte mir schon wieder so achten genau das könnte schief gehen scheiße ok reich danke für die steckdose müsste dann nicht theoretisch der laser ausgehen ok ja die mann hat uns für trotzdem gesehen aufgrund er geht er und lang ist auf in die Welt gekommen soviel zum Thema professionell hat es nicht bemerkt dass ich nicht hier die haben da ist es von dem Weg als ich gemerkt hast so jetzt in den Computer hacken die nächste Strecke Sonne ja das ist ein bisschen gestört reichert einfach alles was du findest Bordes mit dem Läser voll knapp da kommt gerade eine ja also so okay das war gerade gut warte denken den krieg ich okay ok kommt ihr hier rein ey hier sind zwei Computer ja das kann ich auch so gehen da war total viel Geld ja an ja ich hab den Strisor geöffnet aber nicht ganz überlebt wir sollten uns Richtung Ziel bewegen ja wo ist hier Richtung Ziel ich würde sagen irgendwo rechts oh boah alter du ja du hast irgendwie fünf EMPs kannst du guter benutzen ich hab's ja schon eine davon für ein taktisch klungen Moment ja ich hab second floor gefunden bei dir du ja und dann komme ich schlecht zu dir Max ja ich mache nur schnell die PTs ach scheiße ich habe schon mal rein und kommen hinterher m sie kommen es noch second floor ist da oben m ja ich weiß ich komme nicht durch ich bin die Kommande bist du da hingekommen oder verlaufen nein nein halte wenn er lahm ist alles kommt sich durch die Tür da wird weiter so ich komme nicht lang es ist ein Jahr da ist er so ein Block in der Mitte gewesen bei der musste werden es ist sehr lustig das der Welt geben er kann eine Welt ist nicht so glitzelten auf okay so geschafft warte da ist die Steckdose okay warte nicht bewegen bis wir wissen was sie macht okay hier ist noch eine Steckdose ja ich würde erst mal Leben auffüllen der Cleaner sollte am besten da mal reingucken hier da sind zwei, zwei, drei, dröner ja wenn sie sich nicht mehr sehen sie das eigentlich was ich sehe in welche Richtung gucken die wo auch der hat mich alter der hat mich so knapp nicht gesehen ich gehe mal oben rum da wo Janus ich die Leiterin war dich nicht ich schätze sind zwei Leute okay sind beide weg und die ein Schraumschlüssel nicht gehen da ist es wird wahrscheinlich praktisch heißt das es ist so viele items dabei 0 4 ich hab im mp wo auch wo auch der Sankt der kommt auf mich zu KD könnte noch zu schätzen wartet die Meisterin auswartet ich schätze das den den da drin ich verkleine und aus dem Köln aus hätten ich habe mich verkleidet da sind auch noch zwei weitere das ist jetzt kein Problem das hier geht gerade schon wesentlich hey Reiki unten ist noch einiges hier ist nur eine Steckdose ich habe gleich eine der Trophäen ich habe eine super ey Reik, hack mal den okay verkleide ich mir jetzt da kommt einer ich habe die zweite ich habe die dritte super dir ist Steckdose? ja ähm ich komme hier gerade nicht weiter hier bin ich aus dem Fenster raus das heißt ich steckdose da ist ein... ne nicht da rein da ist ein Wachmann ich muss den erst mal weg nebenbei nicht steckt... oh man, dobe Tür da ist eine Taube, da können wir jetzt eigentlich nicht lang du kannst diese Touchdinger hier hacken ohne dass Alarm ausgelöst wird ja aber wenn ich die dann hecke, dann wird Alarm ausgelöst ich habe hier oben zwei Leichen rum zu bieten ich bin tot ja, ich komme glaube ich gerade bis zwei weg oh können die ihre Leute wiederbeleben? ja oh fuck ich habe gerade jemand komplett getötet ich habe gerade jemand komplett getötet ich glaube, da kürzt es nicht mehr doch doch hm, das ist ja alter, das läuft nicht hier oben lau... bei mir sind gerade vier Leichen wenn hier einer reinkommt da haben wir ein Problem Leute können auch durch Fenster wollen wir nicht vielleicht jetzt zurück wo müssen wir überhaupt hin? ah, wieder runter glaubst du? ja, alles ich habe alle drei Truppen eingesammelt gut, dann haben wir auch äh, derzeit haben wir uns alles begnügt verstehe ich mach bloß schnell das Licht aus wenn schon also einfach durchtrennt, Max ja jetzt geh nach oben lol, meine Waffe ist schon leer ja, hast du einen Schuss ja, Jana hatte fünf oder so'n Scheiß ja, weil er es viel eingesammelt hat an Geld verpasst durch den Tresor kriegst du ja schon einen Schuss ok ja, die anderen das Geld fünf Tresore ausgeraubt ja schleichen Reil, keck mal die Hand äh, ja, äh, kam jemand danke leu doch nicht so leise ja wie kaum ey, hier ist die Treppe also leiter hol ich dir auch an 8 Uhr wo ist eigentlich die auskam? hier unten ist direkt schon nein, das ist zu ja, da kommt noch einer ich weiß ich bin am Arsch ich kümm' ich eben darum feiner ich hab den Hitler geschlagen ja, aber ich bin nicht drin oh Gott für die Stunde super Folge ja ja, okay New Daily Rank 265 ja, nicht schlecht ja, und all time 15.000 achte ok, das war's für die Folge bis nächste Folge Tschüss Tschüss Ciao